Herzlich Willkommen zurück zu GWT und dann haben wir heute mal den Ford GT. Das halte ich mal vor. Den kaufen wir uns und dann gib ihm. So. So. Hier sind wir nun mit der ersten Runde. Kristen, was denkst du? Ich denke, es wird interessant, Alex. Eröffnungsrennen zeigt uns. Oh, ich glaube, das Rennen geht direkt los. Let's go. Da gehen wir mal auf den Sackgab. Boah, kein Platz, ich muss mal immer so weichen. Das ist richtig gut der Ford. Boah, super weit gegangen. So, und jetzt bin ich mit dem Jungen da vorne. Das ist ein Martin, kann das sein? Nein, das ist ein Martin. Bis zum nächsten Mal. So, ich muss jetzt eigentlich in Richtung 2. Runde gehen. Oder auch nicht. Aber jetzt. Runde zu. Guter Start. Bleib an der Spitze. Guter Start. Guter Start. Guter Start. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wenn noch keiner da mitziehen will. Ah, das war zu viel. Aber dann muss ich das hier. Boah, Alter. Das geht immer noch im Sack gerade mittlerweile. Er drückt sich aber auch den beiden vom Ball. Das ist zumindest auch ein bisschen. Jetzt bin ich mit dem V-Ski vorne. Dann muss ich doch auf der geradeaus gespielt bekommen. Ja, das war. Da will er noch ein bisschen ran. Jetzt habe ich ihn. Bleib in Führung. Letzte Runde. Geht995. Ja. Gut. Gut. Jetzt geht an Sie, wie lange aus der Schalkhaube. wieder in die Kurve oder dann mal wir werden nochmals weiter durchhalten Gewonnen Level 46 Und jetzt geht's nochmal in die Annapolis Okay Und dann nochmal San Francisco Dann müssen wir es haben So, dann noch im Regen Das macht es natürlich nicht einfacher Let's go Vorsicht, du hast dieses Auto einmal zu oft gemacht So, Kollege Okay Dann fahrt es mir doch in die Absicht Dann fahrt es mir doch in die Absicht Wenn ich halt die Lücke mit Dann kann ich mir vorbeilassen Dann kann ich mich ja ziehen So So Nummer 2 Tolle erste Runde Du bist in Führung Dann 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, jetzt geht es wieder in die letzte Runde Letzte Runde, verteidige deine Führung 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 Dann machen wir das jetzt gleich durch. Dann machen wir noch einen Rennen. Ja, die sind schön, weil ich hinten gelade, sehr gut. Die zwei Heiden ist da. 15, 16, sehr schön. Gut, dann geht es weiter mit dem nächsten Rennen. Und zwar dem letzten. Und zwar den Rennen. Die alles entscheidende letzte Runde. Christen, was denkst du gerade? Okay, dann los. Okay, jetzt geht es jetzt das Rennen. Geh mal weg da. Dankeschön. Schönen Lieben. Danke, genau. Das ist... Das lasse ich euch nicht. Das ist aber eine schöne Rennen wie nur die zwei. Einer von links reingedrückt und der andere durchschiedet dann rechts und drückt. Ja, so in Ordnung. Gut, ich freute, wir sind nicht anders. Also da, ja, egal. Geh mal weg von mir. So, den haben wir kassiert. Drecksack, Alter. Das ist doch nicht wahr. Ja, jetzt haben sie es auf mich abgesehen. Nach dem Motto, du bist auf jeden Fall letzter. Ja, der erste ist natürlich schon nur mit zwei, klar. Wir buchen hier einen Hangar 416 rum. Ja, das könnte das Karma sein vom letzten Rennen. Da sind nämlich unsere Waden dahin gelandet. Und jetzt kommen die Rennung wirklich vorbei. Der letzte ist da kein Platz, ja? So, dann gehe ich hin hier vorbei. In meiner Komiteaktion, dass du mich da schon in den Betrieben hast. Ich habe keine Chance, da vorbeizukommen, weil ich mich immer wieder einer an die Wand drücke. Das ist aber auch kein Platz, das ist der Fäckchen. Wundere dich nicht, wenn du dafür attackieren wirst. Ja, Alter, das spiel ich jetzt mit. Dann drücke ich mich da auch irgendwie vorbei, wenn ich die Chance sehe. So, mal auszunehmen an der komischen Corretta vorbei. Dann sind wir dann zehn Kollegen Nummer zwei. Und die anderen zwei heilen, das geht mir da weg. Ich habe gelang geragen. Das war zu viel, das war zu viel. Ich bin zwei, drei, schon zu fliegen. Dann wäre da mein Teamkollege vorne und ich wäre da nicht mehr hinter. Jetzt wird es vorbei an den beiden. Jetzt müssen wir es mal auf sechs. Der ist vorne weg, aber das ist mir egal. Ich fahre über dieser Bischof. Jetzt kann ich mir nicht mehr die. So, hier sind wir zwei da. So, danke. Puh, das ist eine Strecke. Die letzte Runde. Hol dir die Führung. Das ist die letzte Runde. Ja, ja, ja. Aber wie gesagt, egal. Die zweite Rennen würde ich auch das fliegen. Aber die haben uns wahrscheinlich schön vorbeigefunden, ne? Wobei wir fahren, das ja. Oder auch nicht. Ja, Gott, da bin ich schön. Jetzt geht's in den Führung auch nicht durch. Was ist dasby es einander, das ist effort, das ist einander. Wie gesagt, sagst du, das ist einander! Gaben! aber kann meine sein Ja, danke für, dass das Rennstück katastrophal angefangen hat. Ich habe es dann im Endeffekt wirklich gekohlt. Aber jetzt müssen wir uns einfach noch den Verhandeln. Das schauen wir noch. Jetzt rennt Geld auch an uns. So. Easy peasy. Come on. Bedeweiliger. So, dann sind wir da auch durch. Und das letzte Rennen ist das hier. Okay.